ich bin stark dabei dass alles immer funktioniert beim aufnehmen ich sag's noch. Mr. Banscheiben-Boogie hat da leider noch so 1-2 Problemchen Boah, echt mal. Ne, mit dem glaube ich gar nicht mehr Damage kann das sein. Ich meine die kriegen ja mehr inzwischen. Wir brauchen nur noch 4 Pfeile zum Verholzer. Kurz warten, warten. Ja, schieß ab. Hüttt wird ähm mit Acker. Warte, müssen wir noch rein. Wollte ich gar nicht ganz gerne machen. Achso, Crouchy, Crouchy, Crouchy. So, dann bin ich nicht weg, aber. Und ich will dich auch weg haben, wenn's geht mit dir. Was dann? Upsa. Hat aber weh. Jetzt können wir spielen, komm. Putt, 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 putt. Ne, Mau, hab dich eingesteilt. Hast du Probleme? Dankeschön. Wir haben nicht als erstes Klammer da rein. Ja, die sind schon ein bisschen am Arsch grad. Passiert. 1, 2, 3, 4, 5. So, ah, da drüben ist noch was. So. Haben wir alles. Ich dachte gerade beim Pilze, aber das ist nur im Kopf von dem Gegner. Gut, ich denke mal als erstes Klammer da rein. Ich will nicht. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich kann uns Münzen hier. Ah. Da ist schon mal die Kiste. Ja, okay, kapiert. Klar, man hört ab, Trolle. Ja. Ja. Komme ich da ran? Kann ich mich da durchquetschen? Ach das ist der Jesus ist der im Arsch Echt jetzt? Da muss ich ja mal wieder komplett zurück Echt jetzt? Nee Bleib dir eh nicht vor oder? Ich brauche was schweres Ich brauche was leichtes Und ich brauche was geschenktes und geliehenes Oder wie jetzt? So das gibst du mir Hä wie da ist zu? Hä? Da scheint es... Okay oh fuck Ich habe so eine Vorahnung Ich will es eigentlich nicht aber gut Oh Gott ey Seid ihr am Arsch du Was für ein... Ey wer hat denn von euch hier bitte Langeweile gehabt? Echt jetzt? Echt jetzt? Wer? Ich habe so einen Schuss nicht mehr gehört Ich habe schon kapiert was ihr vorhabt Wir brauchen ja zwei Leichte um das doof zu machen Und wenn wir beide draufstellen Sie sind zusammen schwer Und dann können wir da nämlich herkommen Oh Gott So ich weiß schon wo das hin muss Hier so Zack Oh Jesus Und ich muss dann wieder rüber Okay Das dauert lang Echt jetzt? Nö das ist ein Speicherpunkt Sehe ich nicht Ich mache das nicht einmal von vorne Ich habe versucht es nicht zu früh loszulassen Und als es fortkickt Oh fuck Komm hopp Jetzt hopp man Ich habe nicht ewig zu eure Zuschauer Wollte ein bisschen Action heute Hopp Ich habe mich dann einfach zu feiern Ja wechselst du früh loszulassen Egal Da war es ein Mittel ne Oh nö War es nicht Ja aber hier Muss rüber Fah Fah Nach ein Steak Nach ein Steak Nach ein Steak Und rüber Ja Das ist jetzt zu Ne ich bin wieder rüber Okay So Dann hier speichern Dann wollen wir das Twitter Das ist natürlich geblockt Wie ist er öfters Ich bin wieder rüber Haben wir das Vielleicht elegant werfe Ich frage nur Ah ja Ist doch gut geplant Okay Okay Ja blöde Befürchtung Echt jetzt Ich muss ja eigentlich immer mit Zuerst recht haben Was war da mit dem Werfer Gut kapiert Vor allem das hat es auch Ohr zeigt Dass ich treffe Warum fliegt das Ding Da nicht so weit Was für eine Verarsche Nö Seien nur Fragen Nö Seien nur Fragen Mann Fick dich doch Mach das Ding auf Warte ich halt noch länger Meine Fresse Ja ich will es wieder fangen Aber ich habe auch gedrückt Aber das ist nicht Werf die Blöde man Ich warte Ich warte einfach Bis wir kurz vorm Tod sind Bis wir da vorne sind Nö Bisuer A Is Is Zined Nö B 시 Was ist das? Ah, der ganze Scheißweg wieder zurück, ey. Oh Gott. Echt jetzt? Warum wirft die das nicht so weit? Wenn es vorher zeigt, dass es in Radius fliegt. Das ist so ein Bullshit. Oh mein... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, der ist so weit. Tiefer Schnaufer. Ganz tief, Alter. Tiefer Schnaufer. Aber ich könnte eine mehr fangen, weil es drüber flog, ich. Alter! Ja! Ja! Uh-hah. wie sie wieder gespeichert hat. Ich rasch da aus. Ah doch hier, okay. Wow! Warum springen die nicht hoch, Mann? Bist du komplett blöd? Was? 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 Oh, König Arkino aus Wurwaus, Golders und Silbeiros? Oh, geh doch weg! Hallo! Du bist doch dummer oder was? Jesus! Das war euch falsch im Leben! Wenn bei euch jetzt nicht in die Kamofarmel auspackt... Oh, warte, das war rot. Fuck, ass! Wie bitte? Ernsthaft? Du hast euch nicht gehört. Das war bei den Brüdern falsch im Leben. Okay, da geht's hoch. Ich glaube, ich kann mir schon vorstelle, was man nachher besser... ... ... ... ... Hi! Was geht? Aha Aha Ah, okay, 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 okay Ich brauche nochmal zwei Hab's gesehen, die war da oben, ne? Okay, gut, 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 gut Hier Wo ist der andere? Da, ja, komm Gut, 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 gut Oh, bist du dumm? Bist du dumm? Hib auf, leg drauf Oh, das gibt's wieder Ewigkeitsding, du, oh mein, die Fresse hat er wohl ausgesucht Jetzt gehen wir erstmal hier nochmal hoch Und, help! Ach, da liegt ja auch noch eine, ich bin doch entspannt Bist du dumm? Ah, Jesus Ja, wär's doch hoch Das tut's auch, das ist auch okay Ja, spring doch, ach, Kind Das ist ja dumm Das ist ja dumm Kletter doch einfach die Scheiße da hoch Oh, geh dich deinstallieren, du Stück Kacke Alter, echt du, Mann, 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 Phoenix Lass doch los! Jetzt erhol den mal Oh Gott, oh Gott Mach auf, lass mich rein Ja, muss man draufdrücken Ach so, warte, nee, oder auch nicht Drücken wir mal drauf Aha 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 Na, machen wir es halt so So So, lauf mal Erstmal runter mit Nächste Kugel Hau her mit Na, erstmal mit Du kommt da mit So, fahrt mit So, ich hoffe, wir können erstmal einräumen jetzt So, eins, zwei, drei Vier noch zwei Eine kommt da hin Bist du dumm? Guck die denn mal an, Alter Ja, da kommt da hin Ja, da kommt da hin Ja, da kommt da hin, da Danke fürs Gespräch Dann gehen wir uns vor da hoch und danach hin da Keine Steine reinlegen Oh Gott Oh Gott So, hoch mit dir Komm mal kaputt Danke Was ist hier los? Ah, Trinkebräun Sehr gut Ah Jesus Okay, müssen gucken, wo noch was hier ist Vielleicht von der anderen Seite mal hoch Oder fliege noch Oder runter gehen Und das ist immer aber Ah, das sind nur noch Obstkörbys Okay Ich verstehe das Ding ja schon Hab schon kapiert Ah, muss ich aufheben inzwischen Stimmt Ab weiter So, von damit Schöne, warum noch eins? Was kann da oben sein? La, la, la Überfällig Nein, noch nichts Sehr schön Das war da Also, das bringt das gar nicht Wir haben keine Ahnung Ich hoffe, das lohnt sich Ja, ich hab mich demotiviert Und warum? Weil ich war schon zu oft enttäuscht mit dem Speer Ich bin das dann gewagt Okay, da ist eine Kugel drin Bla, bla Ein bisschen außen rumlaufen Mhm, mhm, mhm Alles okay, wir sind uns da hoch Verstehe schon Das ist ein komischer Gegner Ich glaube, das ist mein Killer Was geht, Bruder? Wachst du dir gleich zum Leben? Oder wie sieht's aus? Nö, okay Bleibt so wie er schon Auch recht? Aha, aha, aha 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 Ah Oh, das hört weh Naja Ja, nett Hehe Okay, das war Bullshit Meins Hör uns mal weg So Und jetzt schmeißen wir da rein So Flup Was riecht dafür? Ein Hund Okay Zwei Okay, das hat sich gelohnt, Alter Zwei Ist er weg? Ah, da kommt ja auch keiner Puh, Glück gehabt Oh, guck mal, das brauche ich eh Lalalala Okay, sehr gerne, danke Es tut mir dabei sein, Langt Dann könnt ihr auch nicht vergessen Und bis zum nächsten Mal bei Model Phoenix Ich hoffe, den Gegner Rising Tschüss Und bis zum nächsten Mal bei